so was trinken hilft mehr ja gut der Baum so wunderbar sehr schön gut mehr habe ich gerade hier draußen nicht stehen aber ich kann ja noch zwei aufstellen weil ich die Setzlinge gerade habe alles kläre ich Ihnen so Baumfarbe sprechen ist sicher ob ich eine unbedingt brauche 1,2,3,4 Schafe weichen 4 Schafe eigentlich schon ne so so ob mein Fischer hier eigentlich ist boah da ist schon auch nicht dabei eigentlich ne so ok jetzt kann erstmal mal die Axt hier wieder weg äh ich bin neugierig warte mal ich bin neu ich muss das nachgucken ey so wow aber schon ein paar Sticks sind immer weg wunderbar ach das schön ja da muss ich mich auch wieder drum kümmern ja so langsam wir nachfüllen so hier habe ich noch vier Stück dann noch 42 und den Ort hier äh ich glaube Eisenblatten brauche ich ich muss mal Eisenblatten machen mit drin denken wenn ich hochgehe Eisenblatten zu machen äh hier haben wir Eisen das der kann eigentlich mal hier auch wieder durchgeschmolzen werden wieder ok 3 Sticks Eisenblatten so ok aber erstmal mal hier Kisten so hier hier die könnten reichen hä ich denke schon so das für das erste für das erste ich meine Natur das weg damit so achso nur noch Holz in den Heimer und meine Reparatur gibt es so nebendran gut also Eisenblatten machen redstone machen ähm diamant ding holen genau ja und die Mütze Schere so jetzt gucken wir mal looky looky ähm erstmal platz in der Tasche machen was haben wir hier drin das sind die platten glaube ich ne könnten die platten sein ja so also machst du Eisenblatten jawoll und du machst hier du wust das ok dann machst du jetzt so Dinge lass mal kurz die Energie schauen ja das muss ich auch darum kümmern Turbinen machen also den BIC Reaktor müssen wir auf jeden Fall machen der ist sogar Pflicht von daher kommen wir ja auch nicht drum rum ne ja es fehlt redstone ja ja das sind wir doof ja gut ich mache ja gerade welches ich brauche doch hier diamanten vergessen ach verdammt die diamanten vergessen ach mir nur obwohl 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 das ist die hier die man sie schütt und sehr schön sehr schön sehr schön ein damit danke sehr so das so dille brauche ich jetzt noch gleich haben wir es wir haben es bald da kann ich kisten den dings räumen das ist vielleicht auf kamera machen langweilig haben wir dann ja wir haben chesttransporter ja vielleicht mal so bestimmt irgendwie mal gucken wir mal so steine brauche ich die ich jetzt nicht habe da bis geht doch ok controller und das ding brauche ich auch noch zwei davon perfekt und mein toller kontrolle ok das heißt jetzt richtet unseren computer ein kraften terminal das deutsch war es noch mehr kabel natürlich noch was was wir jetzt unbedingt brauchen ich glaube erst mal nicht du wirst auf jeden fall ein trauer du wirst ein trauer du wirst ein trauer stein glaube ich nicht zin wirst ein trauer gold da müssen wir gucken jetzt sand 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 ja ok jetzt gucken wir mal ok und zwar hau ich jetzt unten drunter unten drunter packen kann ich mehr da kommt dahin so kommt hier mein der spaß dran und jedes kabel und für das erste kommt auch hier mein terminal hin bis ich überall kabel verlegen und das ist alles so nach und nach kommt so schlüssel noch mitnehmen sollen perfekt so 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 Sand, Korbel, Schlüssel noch, dann könnte ich aber das Ding hier anschließen langsam. Und bei denen will ich mir das auch überlegen, guck mal, in der Beine haben wir schon voll. Wahnsinn. Ha. Ja. So. 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 Perfekt. So. Alles überhaupt. Und wir können doch zugreifen. Das ist doch mal prima. So. Das ist cool. Standard. hat ich mag das nicht synchronisiert und auto auch nicht so cool also du hast ja natürlich hier eine höhere priorität bist du denn bei der richtung da ist die priorität ja gut so das heißt ich brauchte den schlüssel und paar kisten die ich das einräumen kann so machen wir das nicht so machen wir das nicht ich komme am besten erstmal alles rein